Sie sind hier, 15. Oktober 2018, 9.15 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, die Torflaute von Robert Lewandowski hält an Urheberrecht, Getty Image Swats ist nur mit Robert Lewandowski los. Der Bayern-Star bleibt auch in der Nations League ohne Treffer. Zumindest der nächste Bundesliga-Gegner dürfte Mut machen. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus Ein-Bär-Mehr Untertitelung des ZDF, 2020